Herzlich willkommen im Nestle Research Conolfing. Mein Name ist Johann Morvi und ich mache meine Lehre als Betriebsinformatiker hier. Heute möchte ich euch mal zeigen, was ich alles machen darf. Für das kommt einfach mal mit. Bei uns im Research Center werden viele Meetings abgehalten. Bei wichtigen Meetings kontrolliere ich im Vorfeld alle Komponenten und ihr Zusammenspiel im jeweiligen Meeting Room. Da wir eine Vielzahl von Mitarbeitern jeden Monat neu dazu bekommen, ist es eine meiner Aufgaben, das Plan, Vorbereiten und Einrichten der Arbeitsplätze. Dabei wird ein PC oder ein Laptop von mir vorkonfiguriert und mit dem jeweiligen Mitarbeiterkonto personalisiert. Da Nestle ein weltweit engagiertes Unternehmen ist und darum auf mehreren Kontinenten Niederlassungen hat, haben wir bei uns hier in Research auch einen Telepersons Raum. Dieser ermöglicht Meetings zu allen wichtigen Standorten über mehrere Zeitzonen hinweg. Heute werde ich zwei Verbindungen testen. Das war mein heutiger Arbeitstag. Ihr habt jetzt einen kleinen Einblick bekommen, was ich alles mache und was ich noch lernen werde, auch zukünftig. Falls ihr euch interessiert dafür und mehr erfahren wollt, findet ihr einen Link in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und vielleicht man sieht sich.